Willkommen meine Sturmtruppler zu SW-Tor und zur gemütlichen Runde wieder mit den üblichen Verdächtigen. Foxy. Hi. Fischchen. Hi. Und Weltongente. Gehude. Wir sind jetzt in die Stadt gereist, weil mehrere von uns sicher das Abo gesagt haben. Ich habe mir alle nachgemacht. Unbedingt Briefkaste und Co. Jetzt gehen wir von hier aus einfach wieder ins Questgebiet zurück. Dann gehen wir ein bisschen voraus. Ich finde das Vieh so geil. Ja, und wir fangen im Prinzip gerade ganz gemütlich an mit einer Runde Klassenstory. Bei mir zu genau so durch. Du musst weiter und dann rechts. Du hast deine eigene. Tschüss, tschüss. Ab, weg mit dir. Aber schön leise sind, ne? Bis später. Nein. Ach, das ist der Typ, der es so nicht getötet hat, ne? Ja. Ja. Um ehrlich zu sein, euer Erfolg in der Satellitenkontrollstation und im Krater Außenposten der Republik hat mich ziemlich überrascht. Ich hatte euch verschwindend geringe Erfolgschancen eingeräumt. Dabei war ich allerdings nur von den Fähigkeiten eines typischen Sith ausgegangen. Offensichtlich seid ihr aber kein typischer Sith. Ich werde meine weiteren Berechnungen an eure herausragenden Fähigkeiten anpassen. Seht zu, dass es nicht wieder vorkommt, Imperialer. Ihr werdet merken, dass meine Lernkurve sich äußerst rasch angleicht. Lord Barras ist zufrieden. Er sagt, es sei Zeit für unser oberstes Ziel. Und er erwartet von euch zu hören. Meine Kaserne gehört euch. Über den Holo-Kommunikator im Raum nebenan könnt ihr mit Lord Barras reden. Die Leitung ist sicher. Geht nicht fort. Ich werde genau hier sein, wenn ihr mich braucht. Also, also, ich weiß noch was ihr habt. Der ist so freundlich zu mir, so arschfreundlich. Der heult hier voll rum. Tja, ihr habt die falschen Entscheidungen getroffen. Niemals. Dafür war der zu unhilflich. Ich hätte jetzt böse sein können und hätte ihm sogar sagen können, dass sein Vater ihn hasst. Also, dass sein Sohn ihn hasst. Das ist so freundlich. Wie geil. Oh, der ist cool. Der Spruch ist echt hammergeil. Ja, jetzt habe ich noch jemanden umgebracht. Hast du von dem dieses Serum bekommen? Ich bin noch dabei mit ihm zu reden. Der gibt mir Tipps und warnt mich. Jetzt ist der einzige Grund, dass Rylon nicht entdeckt werden könnte. Ich habe ihn gerade getötet. Ach, da ist noch einer zum Reden. Ich werde ihn selbst. Wir müssen diese Gefahr beseitigen. Endgültig. Ich werde ihn vom Angesicht dieses Planeten wischen. Begabt und bereit, das macht dich zu so einem tödlichen Werkzeug. Ich habe ihn über Jahre hinweg in den Reihen der Feinde eingesetzt. Seine Anstrengungen für die Interessen des Imperiums sind ohnegleichen. Der Mann ist ein Held. Ein Jammer, dass er sterben muss. Er kannte stets das Risiko. Die Jedi-Ermittlerin darf keine Beweise finden, dass Rylon zum Schweigen gebracht wurde. Es darf auf keinen Fall wie eine gezielte Exekution aussehen. Lösche alle dort aus. Sie haben alle ihr Leben verwirkt. Sorg dafür. Ich habe Lieutenant Quinn informiert. Er wird dich auf deine letzte Aufgabe vorbereiten. Euer Ziel ist die Balmuranische Waffenfabrik. Die Truppen des Widerstands haben sie kürzlich eingenommen und zu ihrem Hauptquartier gemacht. In die Waffenfabrik einzudringen wird eine monumentale Aufgabe. Ich bin ganz aufgeregt bei der Aussicht, dass ihr dort alles in Schutt und Asche legt. Sie hungern nach Abenteuer und Aufregung. Diese Mission verspricht beides. In Ordnung. Das republikanische Kommando sitzt in der Waffenfabrik. Der am besten geschützten Einrichtung des Planeten. Um Commander Rylon zu erreichen, müsst ihr an den Verteidigungsstellungen der Partei... Also ich bin umgeben von Dankbarkeit. Echt? Ja. Warum? Aber ich habe dem jetzt noch eine Fähre geholt, damit er auch wieder nach Hause kommt. Okay. Ähm, jetzt könnte ich den auch noch töten. Ich hasse sie schon jetzt. Davon werde ich zehren. Die Interesse des Imperiums hier auf Balmoral wäre bedeutend geschützt. Die hier alle mit ihrem Leben um sich schmeißen. Eine Sache noch. Die Ermittlerin, die die Jedi geschickt haben, hat ihre Aktivitäten auf die Waffenfabrik konzentriert. Sie steht unter meiner ständigen Beobachtung. Aber der Typ war zu geil hier von wegen ihr wollt nackt in einer Giftmüllgrube baden. Deswegen habt ihr mich da rausgeholt. Das klingt... Meine Antwort... Sie brauchen auch mal ein wenig Entspannung. Ich will nicht hier sein, um euch zu sanatieren, wenn ihr an urbanische Waffenfabrik hier in anderen Trümmern liegt. Ich habe mir da voll rumgepinst und du hast meinen Sohn getodet. Wir haben nur so selbst gestorben. Mein Gott. Jetzt ist aber sein Sohn. Ja. Ich habe noch das Angebot gekriegt. Sollte ich jemals wechseln wollen zur guten Seite, wird jemand für mich ein gutes Wort einlegen? Oh, das ist ja süß. Ja. Durch das, dass ich hier jetzt Abo habe, konnte ich endlich von Beton der hergestellte Lichtkristall benutzen. Super. Ja, super! Okay. Also wir werden uns jetzt mal kurzfristig trennen, denn Fauxi und Betonente müssen noch ihre Quest abgeben, weil die ja beim letzten Mal den Sohn getötet haben. Ihr müsst einmal zum Skyhopper im Imperialen Gorinth außen posten. Ähm. Ihr habt dort noch ne Quest abzugeben, der rechts unter uns, von den zwei, die so nah aneinander liegen. Ah, Imperialer Sundari außen posten, ne? Nein. Ne, warte, 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 warte. Ihr müsst zu Skyhopper im Imperialen Gorinth außen posten. Ah, okay. Ich auch. Weil... Nein, weil die zwei müssen dort noch ne Quest abgeben. Wir können schon mal zum Imperialen Sundari außen posten reisen und dort dann auf die warten. Die haben schon bestätigt. Weil die kamen einfach beim letzten Mal ja nicht mehr dazu, weil wir uns dann ja in die Kantine begeben haben. Hat da dran eigentlich keiner mehr gedacht, dass die da noch ne Quest hatten. Oh, nis schlimm. Bist du sicher, dass ich die nicht machen muss? Ganz sicher. Okay. Du bist unser Name. Ich warte auf dich. Also also, ich hab's Fauxi vorhin schon gesagt, wenn du auf M drückst, steht da Geschenk der Verbanden. Und dann steht halt dabei, wer diese Mission hat. Und da steht halt eben nur Tyralde und Fauxi. Ah, so navigierst du uns doch immer. Hm, das der? Ja. Deswegen weiß ich auch immer, wo ihr eure Klassenquests habt und wer wohin muss. Wir müssen auf die beiden warten. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Ich übersch... Ich verschaffe mir nur grad schon einen Überblick. Für das Imperium. Gesetzannehmer, wa? Das ist noch so ein Dreieck. Captain Neddys. Äh, das ist ne Quest, die wir annehmen können, beziehungsweise ne Heldenmission. Dann können wir gucken, ob man da schon welche von haben. Aber das im Gespräch geht ja mal raus. Nicht, dass wir die annehmen. Ähm, wir haben die Quest schon mal gemacht, aber alle Heldenmissionen sind wöchentlich. Ah, stimmt. Aber wir haben doch jetzt grade nix abgegeben, wir haben doch jetzt nur wieder was angenommen. Nein, wir waren bei dem Herrn und haben die Quest fertig gemacht, deswegen haben wir auch XP bekommen. Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr wieder zu uns aufschließen. Ja. Bitteschön, ich hab da was für dich. Oder für sie. Hm. Hier. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Immer wieder gerne. Ich freu mich schon auf neue Farbe. Oh, ja. Bezüglich was? Später. Ja. Sandra. Oder? Bitte, ich brauche jemanden mit hoher Sicherheitsstufe für eine wichtige Bergungsmission. Die Republik hat einen unserer Forschungsposten überfallen. Ein Schiff ist mit gestohlenen Plänen für ein brandneues Kampfläufermodell entkommen. Glücklicherweise konnten wir es abschießen. Ich brauche jemanden Vertrauenswürdigen, um die Absturzstelle zu untersuchen und diese Pläne zurückzuholen. Und was genau ist mein Vorteil dabei? Der Geheimdienst bietet eine Belohnung für die Bergung der Pläne. Das ist die Route zur Absturzstelle. Oh, wenn es irgendwelche Überlebende gibt, tötet sie. Bringt die Pläne zur Agentin Nihanna. Sie dürfen töten, natürlich machen wir das. Kein Problem, Leichtigkeit. Okay, und dann haben wir hier noch den imperialen Boten. Zum ersten Mal, dass wir in Mehrzahl genannt sind. Bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha. Wozu braucht mich der Balmoralische Gouverneur? Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der Balmoralischen Besatzung zu informieren. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Ich werde eurem Kriegsrat beibohnen. Sorgt dafür, dass ich gebührend empfangen werde. Freigabestufe schwarz erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten. Aber beeilt euch. Die Konferenz beginnt jeden Moment. Beim Helm erkennt man so ein bisschen, was die Aue sind. Und bei mir ist sie wirklich nur... Blech. Ja. Fahrstuhl. Oh, ihr seid so schrecklich. Wir haben noch einen Hainer dabei. Welcher? Ich auch. Danke schön. Und das als Nichtheiler. Wie, hast du Heilung weggemacht? Hm, ja. Warum? Ich bin jetzt Vollzeitidee und kann aber jederzeit auf Heiler wechseln. Ja, jetzt gerade Hedje kennen. Ja, ich brauch länger zum Wechseln als euch hochzuhallen. Oh, war so hübsch. Ja. Wohlgenährt. Heute nimmt der Balmuranische Widerstand, der von der Exilregierung unterstützt wird, seinen letzten erbärmlichen Atemzug. Das haben wir euch zu verdanken. Schon bald wird die Leiche des ehemaligen Verteidigungsministers Vol Argen unter der Erde erkeilt. Ich hoffe, dass ihr euren Dank finanziell ausdrücken werdet. Vielleicht, falls ihr eure letzte Aufgabe erfüllt. Mit Hilfe der Republik hat der Widerstand sich in der Balmuranischen Waffenfabrik einquartiert. Die Einrichtung ist gut befestigt, aber nicht unbezwingbar. Nicht, wenn wir so mächtige Patrioten wie euch auf unserer Seite haben. Die Fabrik wird noch vor Einbruch der Nacht zerstört sein. Das schwöre ich. Wenn wir euch noch eine letzte Aufgabe im Namen des glorreichen Imperiums aufbürden dürften, wir müssen in die Fabrik eindringen, die Energie abstellen und die resultierende Panik nutzen, um die Sicherheit auszuschalten. Dann kann der Hauptangriff beginnen. Wir strömen ein und löschen den Widerstand aus. Und falls ihr Vol Argen begegnet, tötet ihn. Es wird so einfach sein, wie Kinder einzuschüchtern. Vielleicht. Dennoch solltet ihr nicht zu siegessicher an den Auftrag herangehen. Es heißt, die Republik unterstützt den Widerstand in der Fabrik. Diese Leute sind also gut ausgerüstet und ausgebildet. Für jeden anderen wäre das Selbstmord. Und ich käme nicht einmal auf die Idee, einen solchen Auftrag zu erteilen. Aber bei euch habe ich ein gutes Gefühl. Wer sagt, der hat dich beleidigt? Ah ja, der hatte Landeplattform auf den Kopf, was soll ich denn dazu sagen? Also der hat gesagt, du wärst kein guter Waffenmechaniker. Kein gute Ausrüstung. Also, gucken wir euch da die Qualität mal an. Ja, na ja, ist doch immer so, ne? Kommt ihr? Der Aufzug kommt gleich. Ich erscheine. Was eine Hetzerei! Ja. Oh, jetzt wird es aber voll hier drin. Ja. Oh, Fauxi, das war aber. Knapp. Captain, auf Brücke. Oh Gott, sieht der Ende aus. Was hat denn der für Erschiebungen gekocht? Das ist eine Rüstung, die du auch im Spiel bekommen kannst. Bitte nicht. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, Gouverneur? Ich habe, ich habe, ich habe. Genau. Ihr habt euch nicht einmal eure eigenen Fehler eingestanden. Deswegen hat mir der Rat der Sip diesen Planeten übergeben. Bitte. Ich bin Darth Lakris und ich wurde damit beauftragt, Balmora zu säubern. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Mehr Sith bringen sich ja auch mehr Ansehen, an dem es noch mangelt. Ihr seid attraktiv. Ihr seid attraktiv. Wörtlich. Ich habe ein Auge für Talent. Das musste sein. Kommen wir gleich da rüber. Oh, sie ist interessiert. Naja, bei so einem Kerl wie mir. Kann man die auch rumbringen? Ich habe ein Problem. Meine Freunde im Widerstand. Ich werde euch nicht lange aufhalten. Das Imperium behauptet, ihm gehöre Balmora. Die Republik sagt, nur zu, wir sind schon weg. Aber wir wissen, dass Balmora mit Schweiß und Tränen erobert wurde. Und meine Leute werden euch zur Seite stehen, bis es auch der Rest der Galaxis weiß. Großmarschall Chequetta, ehemals von der republikanischen Armee. Offiziell sind er und seine Truppen abtrünnig, seit die Republik sich aus diesem Sektor zurückgezogen hat. Seitdem haben sie sich verkrochen und werden belagert. Sie helfen dem Widerstand und stärken ihre Position. Vielleicht seid ihr schon auf ihre Spähtrupps getroffen. Gibt es auf Balmora auch irgendwen, der nicht gegen das Imperium kämpft? Jetzt könnt ihr vielleicht meine Unzufriedenheit mit der bisherigen Regierung verstehen. Chequetta und der Widerstand haben ihre Basis in der Balmora-Ranischen Waffenfabrik. Dort befinden sich die besten Ingenieure der Republik. Angeblich sind die Generatoren der Fabrik unerschöpflich und ihre Verteidigungssysteme hochmodern. Die Barrikaden blockieren unsere Scans und der Widerstand genießt Ruhe und Frieden. So kann es nicht weitergehen. Wenn wir hier fertig sind, kann ich euch vielleicht helfen, eure Frustration abzubauen. Liefert mir Balmora und können alles verhindern, was ihr wollt. Ohoho! Vielleicht auf eigene Faust, aber die Republik unterstützt ihn. Man finanziert ihm, verdeckt seine Revolution und wirft heimlich Nachschub ab. Diese republikanischen Heuchler wollen die Waffenfabrik als Vorposten. Und als Balmoras neue Gouverneurin sage ich, dass wir sie einnehmen, bevor sie eine Invasion beginnen können. Ihr wisst doch gar nicht, ob die Republik eine Invasion plant. Ihr wisst nicht einmal, ob sie hinter Cicchetta und seinen Männern steht. Es ist meine Entscheidung. Und so oder so ist Balmora in Gefahr. Legt die Verteidigungssysteme der Fabrik lahm. Macht die Barrikaden unschädlich, die unsere Scans blockieren. Dann wird eine ganze Armee hinter euch stehen. Und wenn ihr könnt, bringt mir Beweise dafür, dass die Republik auf Balmora ihre Finger im Spiel hat. Wir werden ihre Lügen vor der ganzen Galaxis offenlegen. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich schon Ewigkeit nichts Neues mehr zum Anziehen hatte? Also Beton, da geht auf jeden Fall was mit deren. Ja, aber so ein Cicchetta im Hall wie mir. Die ist hässlich und... Fauxi, gehen wir schon mal. Wir lassen die zwei Mal hin. Alle, da. Ich will die töten. Ja, Licht wird raus und los. Wir gehen schon mal raus. Es gibt keine Zeugen. Niemals gesehen. Tja, bitte. Die werden wir wohl nicht misieren. Nee. Nee. Du hast so ein durchsträngender Blick gehabt, ne? Hm. Du kannst schnell wieder stehen. Na, na. Da habe ich ganz schwummerische Beine bekommen. Oh, Fauxi, beeil dich. Fächer hat wieder die Turbo auf die Schuhe. Naja. Was? Ich habe... Ach Gott, das Ding kann auch noch springen. Ach Gott! Es ist total putzig, wenn es springt. Ich bin big. Ich bin big. Fauxi, was sind das für rote Flecke da auf deiner Rüste? Nix, gar nix. Ah, 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 okay. Wir hätten jetzt noch ein Stück nach vorne rechts eine Heldenquest. Also hier in die Richtung ist irgendwo eine Heldenquest. Ja, auf. Ja. Denk mal leicht nur links oder nur rechts wie die Hände vorne. Dü, 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 dü. Brrrrrr. Wir hätten schon wieder einmal auf ein Stück. Chاب mal leicht. Da geht's mit dürfen. Da versa irre. Ich bin fast. Ich bin fast schonmal. Ja. Rezaus, ich bin fast schonmal. Ist da doch nicht. Ich bin fast dieses Shack-Dies-Dies, Untertitelung des ZDF für funk, 2017